hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier von mir mein name ist fabian komlinger und heute möchte ich euch ein buch empfehlen ich möchte euch heute das buch von bodo schäfer empfehlen die gesetze der gewinner ist ein spiegel bestseller ist auch ein top buch ich habe es noch nicht durch gelesen aber ihr seht schon ungefähr bis hierhin habe ich es gelesen sind schon markierungen die drinnen dieses buch tut auch unheimlich mein mindset mein mindset auch meine einstellung verändern weil es sagt mir eigentlich ich darf nicht einfach denken ich muss jetzt millionär werden muss jetzt reich werden nein ich muss mein leben verändern meine einstellung verändern das ist unheimlich wichtig um mein ziel überhaupt zu kommen und das gute was an diesem buch ist dieses buch ist eigentlich fast kostenlos es hat früher glaube ich 25 euro bei amazon gekostet bekommt ihr jetzt glaube ich für 4,75 euro aber ich schreibe es unten noch mal rein mit einem link wo ihr das dann bestellen könnt also fast kostenlos ich glaube 4,75 euro ist es ein wirklich hammer buch ist es das buch hat 272 seiten voll mit content um thema geld und hat seine einstellungen zum geld was man da machen sollte ich tue ich möchte euch das buch nicht einfach empfehlen weil ich jetzt einfach mal über bolo schäfer gestolpert bin und denke das buch ist kostenlos oder fast kostenlos ja nein ich habe noch was und zwar ich habe bolo schäfer vorher schon gelesen deswegen bin ich auch überzeugt von diesem buch und zwar könnt ihr einmal sehen hier bolo schäfer der weg zur finanziellen freiheit auch ein tolles buch aber ist mir etwas zu lang weil er sagt es ist ein wenig über sieben jahre ist mir ein bisschen zu lang und ich brauche ja nicht diese sieben millionen oder was er da drin verspricht nein soll ein bisschen schneller gehen wohlhabend ist toll so dann ein absolutes hammer kinder buch also das empfehle ich jedem jedem das kostet richtig kohle das kostet 25 euro ist so dick aber ist ein bomben buch hier kann man seinen kindern spielerisch erklären wie man geld sparen kann oder wie man an geld kommt ein thema da rein ist zum beispiel die traumdosen die ich meine habe ich mit meinen kindern sofort eingeführt sofort die waren alle überzeugt gewesen das heißt wir machen es ein bisschen anders da aber 50 prozent von dem was meine kinder an geld kriegen zum beispiel taschengeld geburtstagsgeld irgendwo anderes geld weil sie mal was geputzt haben und geld kriegen 50 prozent von diesem geld kommen in die traumdosen mit rein das ist praktisch unsere goldene ganz wenn ihr nicht wisst was die goldene ganz ist steht hier in diesem buch drin und da ist auch eine tolle geschichte zu goldenen ganz mit drin wo meine kinder dann auch gedacht hat man ist der typ was er mit der goldenen ganz gemacht hat naja gut aber wenn ihr es wissen wollt auch top ein richtig super buch aber jetzt werden wir zurück zu diesem buch da setze ich euch einen link unten rein schaut euch mal an ob es was für euch ist ihr bekommt es nach hause geschickt ich glaube 475 waren es gewesen ich will mich jetzt nicht 100% festlegen aber ich schreibe es unten in die beschreibung nochmal rein schaut es euch an wenn es nichts für euch ist vielleicht kennt ihr jemanden der wo ihr sagt hier was auch für den werdet vielleicht was empfehlt doch einfach weiter vielleicht könnt ihr damit jemanden helfen das buch ist mir persönlich eine absolute hilfe und deswegen wollte ich euch einfach mal empfehlen also dankeschön erstmal fürs zuschauen